Also wie gesagt, da muss viel, viel mehr passieren, weil auch Herr Steinbach ja gesagt hat, wenn wir 40 bis 65 Prozent nur noch Leistung haben in Schwedt irgendwann, wird Polen nicht mehr beliefert. Das heißt also, dann werden keine Schilder mehr dran stehen, bitte nicht mit Kanister tanken, sondern tanken für deutsches Verboten.